Spurensuche in einem verlassenen Schulgebäude. Gemeinsam mit meinem Kumpel und Urban Explorer Fritz erforschen wir dessen spannende Geschichte. Oh, oh, oh. Runter kommen sie alle. Denn hier schlummert so manches Geheimnis. Ach nein. Mein Name ist Wiegald Boning. Die meisten kennen mich als Schauspieler und Comedian. Was aber kaum jemand über mich weiß, ich bin ein echter Geschichtsfan. Zusammen mit meinem Freund Fritz mache ich mich auf, die Geheimnisse vergessener Orte zu lüften und ihre Geschichte zu erforschen. Fritz und ich sind nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze unterwegs. Mitten im Harz in Sachsen-Anhalt befand sich einst eine Eliteschule der Nazis. Eine sogenannte Napolar, kurz für Nationalpolitische Lehranstalt. Das Wahrzeichen der Anlage, ein über 30 Meter hoher Turm. Ich habe drüber gelesen, der Turm wurde auf persönliche Bitte von Adolf Hitler gebaut. Und er sollte alles in der Umgegend überragen. Ein Gebäudekomplex der Superlative. Hunderte Schüler wurden hier von 1936 bis 1945 zur künftigen Nazi-Elite herangebildet. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg war das hier eine streng geheime Kaderschmiede für den sozialistischen DDR-Staat. Ein Gebäude, zwei Systeme. Welche Gemeinsamkeiten werden wir entdecken? Fritz und ich tauchen zuerst tiefer in die Vergangenheit des verlassenen Ortes ein. In einem Archiv habe ich Originalfilme aus den 30er Jahren gefunden, gedreht von stolzen Eltern. Mit dem Schulsport von heute hat die damalige Körpererziehung kaum etwas gemeinsam. Die Bilder erinnern mich an den drillen Kadettenanstalten. Vorbereitung auf einen Krieg? Wie alt sind die? 13, 14, ne? Auf jeden Fall nicht alt, wenn man das so anguckt. Andere Aufnahmen erinnern an Sportinternate. Könnte gut sein, dass einem das Spaß gemacht hätte dann. Die Videos machen auf jeden Fall den Anschein, dass sie mit Freude dabei sind. Gerne waren. Die Videos machen uns noch neugieriger. So viel wissen wir. Seit der Wende ist die ehemalige Eliteschule in Vergessenheit geraten. Das Gelände wurde zur Sperrzone erklärt. Ne, der ist noch zu fest, sonst können wir einfach drübersteigen. Guck mal da durch. Das ist der Turm. Ja, wir sind richtig. Müssen wir nur noch irgendwo ein Loch finden. So weit müssen wir gar nicht gehen. Die heutigen Besitzer wissen, dass wir kommen und haben uns das Tor offen gelassen. Mein erster Eindruck, ein Ort wie aus der Zeit gefallen. Mitten im Wald, abgeschnitten von der Welt. Seit über 20 Jahren stehen die Gebäude leer. Hier. Zum Glück hat Fritz jede Menge Erfahrung, wie man sich an verlassenen Orten verhält. Müssten wir durchpassen. Mal gucken, ob hier Nägel sind oder so. Sieht gut aus. So. Drin. Sehr schön. Der Mittelpunkt der Anlage, der ehemalige Exerzierplatz. Ach, guck mal, großzügig alles, ne? Ganz schön gewaltig. Die Schule war eine von 37 Napolars im damaligen Deutschen Reich. Das Besondere hier, sie war der erste Neubau einer solchen Institution und sollte als Blaupause für viele weitere dienen. Nazi-Architektur pur. Die seitlichen Gebäude bilden das gespiegelte Emblem der SS. Was für eine Dimension, ne? Wie so ein großes Raumschiff, das hier neben dem kleinen Ort Ballenstedt gelandet ist. Finden wir auch innen noch Spuren der Geschichte? Echt einschüchternd, wenn man da drauf zugeht. Ja, diese hohen Säulen. Umso näher man rankommt, umso mächtiger wird's. Ja. Da auf. Ne? Ne, hier ist zu. Von außen wirkt das Gebäude schon mal bombastisch. Und innen scheint es genauso zu sein. Eine breite Marmortreppe. Lange Fluren. Ein Vestibül. Das sieht schon mehr nach Schule aus, so wie ich sie kenne. Wow. Das ist ja toll hier. Ah, Aula. Ich habe gelesen, dass die Aula während der NS-Zeit noch im Bau war. Das hier muss wohl mal DDR-schick gewesen sein. Die waren wahrscheinlich auch schon mal voller hier mit den alten Halterungen. Ach so. Das ist ja auch eine Stuhlreihe. In den letzten Jahren sind hier immer wieder Randalierer eingestiegen. Sie haben fast alles mitgenommen, was nicht nid- und nagelfest war. Der Rest ist zerstört. Wie so Gerippe, ne? Wie so Gerippe in der Wüste, die so... Sieht auf jeden Fall nach Vandalismus aus, denke ich mal. Leider, ja. Dieses Problem begegnet uns bei unseren Touren leider immer wieder. Dass hier in der Aula aber mal richtige Vorführungen stattfanden, kann ich mir lebhaft vorstellen. Steuerspannung vom Vorführraum noch anliegend. Meinst du für die Lichttechnik? Wahrscheinlich rot, blau, gelb, weiß. Da kannst du aufdrehen. Mehr gelbes Licht. Diese Apparatur ist vermutlich auch aus der Nachkriegszeit. Mal sehen, was sich in der Aula noch finden lässt. Hier sind so kleine Einritzungen auch noch drauf. Wir sind immer hier Zahlen notiert. Zeig mal. 79, irgendwelche Brüche. Mathe, Unterricht. Stumme Zeugnisse der Vergangenheit. Wir gehen weiter, begeben uns tiefer in die Geschichte dieses Gebäudes. Immer mehr schlägt uns dieser Ort aufs Gemüt. In diesen Räumen sollten damals Kinder zu willigen Nationalsozialisten ausgebildet werden. Entscheidend für die Aufnahme in die Napola sind Charakter, Haltung und Begabung des Jungen. Freudige und fröhliche Jugend. Unser Volk, unser Reich, sie sind schöner geworden, als sie je zuvor waren. Er zieht zu Mut, Tapferkeit und Haltung. Für heute reicht es uns erst einmal. Wir beschließen, unser Nachtlager aufzubauen. Im Wald, direkt vor den Toren der Schule. Schön grün, hinter uns sind wir schön geschützt. Kein Wind. Kein Wind. Wir haben einen festen Boden. Können wir ein Feuer machen oder so? Sollen wir ein Feuer machen? Das denke ich mal. Genug Holz liegt ja rum. Ja okay, dann besorge ich mal Holz. Genau, ich baue das Zelt hinten auf. Aber so ganz traut mir Fritz wohl nicht mit dem Feuer machen. Erst mal kontrollieren hier. Stimmt was nicht? Ich würde sagen, es ist ein bisschen feucht. Zu feucht? Ja, das kriegen wir nicht an. Als Outdoor-Experte hat Fritz natürlich seine eigenen Techniken. Hint man noch Feathersticks, dem Feuer einfach so eine gewisse Angriffsfläche zu bieten. Wieder was gelernt. Frieren werden wir heute Nacht sicher nicht. Mit einer warmen Suppe im Magen lassen wir unsere Eindrücke Revue passieren. Also spektakulär ist ja vor allen Dingen das Säulenportal und die schiere Dimension des Exerzierplatzes. Von draußen wirkt es auf jeden Fall echt mächtig. Also wenn man da so reingekommen ist und diesen Blick hatte mit dem Säulen, das war schon beeindruckend auf jeden Fall. Da erkennt man die eigentliche Absicht, also Einschüchterung, dass du dich klein fühlst. In dem Fall, du bist nichts, die Schwule ist alles. Bei meiner Recherche habe ich auch Unterlagen über die strengen Aufnahmebedingungen gefunden. Bei ausgeprägtem Plattfuß und Knickfuß, beiderseits ist eine Aufnahme nicht mehr möglich. Wäre ich schon mal raus gewesen. Klingt so ein bisschen nach Musterung, nach gesundheitlichem Sortieren. Ist auch so. Eine Aufnahme ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Bei schweren Fehlern des Seh- und Hörvermögens wäre ich schon wieder draußen. Ausgewählt wurde nach rassischen Merkmalen, nach geistigen und vor allem körperlichen Fähigkeiten. Oberste Nationalsozialisten wie Heinrich Himmler rekrutierten aus den Napola-Schülern den Betrieb. Verdingungslosen Nachwuchs. Aber nur wer stark genug war, hielt den militärischen Drill aus. Nächtliche Orientierungsübungen sollten Kinder in Elite-Soldaten verwandeln. Ich stelle es mir schon recht hart vor, wenn man als Zehnjähriger nachts alleine dunkel im Wald sich orientieren muss. Ich frage mich, wie ging es wohl den Jungen, die das nicht geschafft haben? Zehnjährige, die jetzt so vormilitärisch gedrillt werden. Das ist schon krass, wenn man sich so zurückerinnert, weil man selber zehn war. Ich meine, wir sind ja hier direkt vor Ort. Also das ist ja, an diesem Platz waren die ja damals. Die Bilder begleiten uns bis zum nächsten Morgen. Wie es damals wirklich war, kann uns nur jemand erzählen, der es selbst erlebt hat. Wir sind verabredet mit einem ehemaligen Schüler. Klaus Kleinau erlebte schon als Zehnjähriger den militärischen Drill der Napola und kam mit 17 Jahren an die Front. Der heute fast 90-Jährige kann sich noch genau an die perfiden Psychospiele seiner Schulzeit erinnern. Schon die Kleinsten mussten Mut und Tapferkeit beweisen. Mutproben fanden ja auch statt, zum Beispiel Mutproben für Schüler, die jetzt ihre Aufnahmeprüfung machen. Die mussten da oben aus dem zweiten Schlag runterspringen ins Tuch, ins Sprungtuch. Also dass dann die anderen Schüler gehalten haben. Wir standen unten, die etwas Älteren, die 14-Jährigen und die 10-Jährigen mussten da von oben noch runterspringen. Ja, diese Mutproben waren ja völlig verrückt. Durch diese martialischen Prüfungen sollten Führungspersönlichkeiten herangezüchtet werden, die dem Führer bedingungslos gehorchten. Auch der Literaturkritiker Helmut Karasek und der Schauspieler Hadi Krüger waren unter den fast 17.000 Napola-Schülern. Als Auszeichnung bekamen gute Schüler wie Klaus Kleinau einen Ehrendolch verliehen. Darauf ist der Leitspruch der Napolas eingraviert. Ich kann dich mal gerade nehmen. Mehr sein als scheinen. Ein Zitat des preußischen Generals Alfred Graff von Schlieffen, das sich die Nazis zu eigen gemacht haben. Und damit waren wir also die Mannschaft der Männer. Ja. Von da an war man also ein Mann. Findet man es toll, dass man behandelt wird wie ein Erwachsener, wie ein Soldat? Oder entspricht das eigentlich nicht der kindlichen Psyche, weil man überfordert? Die ersten beiden Jahre waren furchtbar. Ja. Viele sind Bettnässer geworden und sind wieder nach Hause gegangen. Was den Unterricht betrifft, da hat man also immer mal ein Auge zugetreifft. Aber wer im Sport also in Anführungsstrichen eine Niete war, der konnte nach einem Jahr wieder verschwinden. Klaus Kleinau hat es geschafft, in dem erbarmungslosen System zu bestehen. Was ihm geholfen hat, war vor allem die Freundschaft zu seinen Mitschülern. Hier im Seitentrakt hat er sich einen Schlafsaal mit sieben anderen Jungmannen geteilt. Das verbotene Wettrutschen war eine der wenigen Ausnahmen. Ansonsten galten Gehorsam und Ordnung. Klaus Kleinau erzählt uns, für die persönlichen Dinge hatte jeder Schüler einen Spind, wie beim Militär. In diesem Raum standen sie früher. Ich persönlich kenne es von der Bundeswehr, dass man wirklich alles auf die A4-Größe hatte. Wie war das hier? Gab es was auch? In den Spinden war alles, was man brauchte. Die waren ja sehr klein. Und das bedeutete, dass natürlich alles genau seiner Ordnung runtergebracht sein musste. Beim täglichen Appell wurde die Ordnung mit dem Lineal kontrolliert. Wer den Ansprüchen nicht genügte, wurde bestraft. Schikanen begannen für uns eigentlich erst, wenn man im Bett lag. Dann kam der Zugführer oder der Jungmann-Zugführer auf die Idee, irgendwas zu kontrollieren. Und wenn irgendein etwas negativ auffiel, wurde grundsätzlich der gesamte Zug bestraft. Dann hieß, Schemel abräumen, Schemel im Vorhalte. Und diese Holzschemel sind schwer. Und das, was auch wirklich gerade war, musste man sich dann sein Zahnpostglas holen, oben draufstellen. Und dann musste man Knie beugen. Ach, Knie beugen sogar. Knie beugen. 20, ich weiß nicht mehr, wie viel. Die martialischen Erziehungsmethoden sollten die Schüler auf den Krieg vorbereiten. Geblendet und manipuliert sind Klaus Kleinau und seine Mitschüler voller Überzeugung in den Kampf gezogen. Diese Prägung, haben Sie sich von der bewusst gelöst später im Leben oder löst? Kann man sich von so etwas gar nicht lösen? Das ist ein ganz schwieriges Problem, weil die ersten Jahre nach dem Kriege ja geprägt waren von Hunger. Ich musste praktisch für meine drei Brüder und für meine Mutter und Großmutter mitsorgen. Da hatte man keine Zeit, darüber nachzudenken, was gewesen ist. Bei mir hat das erst angefangen, als ich Lehrer geworden bin. Da habe ich, da bin ich so ein bisschen, ein bisschen wach geworden. Noch nicht viel, aber etwas. Das hat mich dann eigentlich auch in der Schule dann dazu gebracht, einmal darüber nachzudenken, was eben im Nationalsozialismus gewesen war. Eine Generation, der man die Jugend gestohlen hat. Klaus Kleinau beeindruckt mich. Ich finde es mutig, wie oft er über seine Vergangenheit spricht. Das trauen sich nur die wenigsten. Die Begegnung lässt uns nachdenklich zurück. Wir beide brauchen eine Auszeit. Klaus Kleinau hat Fritz ein Foto des Exerzierplatzes gegeben. Es verrät, wie sehr sich der Ort verändert hat. Früher stand hier weit und breit kein Baum. Der Platz war militärisch karg. Hier sollte schließlich marschiert werden. Die Bäume sind also erst nach Kriegsende gepflanzt worden. Der Vergleich? Heute und früher. Zeitsprung. Bei meiner Recherche habe ich nur wenig über das zweite Leben der Napola in Erfahrung bringen können. Nur ein paar Fotos aus der DDR-Zeit liegen mir vor. Etwa ein Gruppenbild, aufgenommen in den 80er Jahren. Mit Ende des Dritten Reiches verschwand auch die Napola. Das Gebäude aber blieb. Die SED nutzte das Areal als Parteischule. Für die Anwohner ein geheimer Ort. Sie nannten ihn Kreml. Wir suchen nach Spuren. Russische Noten. Kannst du russisch? Nee, hatte ich nicht in der Schule. Hattest du russisch? Nein. Auch nicht. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter aus. Aber um eine Angabe, so mit Datum, ist es wahrscheinlich nicht drauf auf sowas. Nein. Also ich habe öfter zum Beispiel mal, dass ich Zeitungen finde oder so. Das ist dann auch ganz spannend, wenn man so ein Datum hat. Pschee, me, me, tex. In der SED-Parteischule Wilhelm Liebknecht, benannt nach dem Revoluzzer und Gründervater der deutschen Sozialdemokratie, sollten künftige Führungskräfte ideologisch ausgebildet werden. Das sieht doch mal nach Technik aus. Wir haben den Filmraum entdeckt. Sogar alte Projektoren sind noch da. Allerdings ist von der Technik nicht mehr ganz so viel übrig. Guck mal, da sieht man noch. Da ist ein Filmraum. Schauen wir mal. Kinofilme. Wir sehen, ob das ein Western ist oder nur ein Testbild. Bild negativ. Da ist leider nichts drauf. Dafür gibt es eine alte Flasche Lösungsmittel. Bist du sicher, dass du daran riechen möchtest? Ja, verdünnung, so leicht, aber das weißt du, dass du gleich umkippst. Ach was, ich bin doch hart im Nehmen. Über die SED-Parteischule haben uns diese Fundstück aber leider nichts verraten. Wir suchen weiter. Diese Tür darf nicht verstellt werden. Boden. Machen wir mal auf den Speicher. Technischer Raum, Boden. Gucken wir mal hoch, oder? Ja. Ich geh mal vor. Du zuerst. Vorsicht. Alles gut. Ja, nicht, dass die einstürzt, wenn wir oben sind. Also ich hab's überlebt. Hier oben ist Betonboden auf jeden Fall. Okay. Der Dachboden ist genauso imposant wie die ganze Anlage, wirkt aber für meinen Geschmack etwas zu instabil. Ich lass hier mal lieber den Experten vorausgehen. Au, au, au. Runter kommen sie alle. Ist das denn stabil da oben? Na, da wo man draufsteht, würde ich sagen, schon, ja. Kommst du auch hoch? Gott, ich kann ja mal gucken, ne? Von hier oben hat man auf jeden Fall nochmal einen anderen Blick, so über die Dimension. Ich guck mich lieber hier unten um. Denn auf so einem alten Dachboden wird ja gern so manches abgestellt. Ach, nein. So diese typischen Tafeln, wie man so auch aus Schulen kennt, die dann so in den Gängen hängen. Oh mein, das ist nicht verstaubt hier. Aber ein Farbfoto. Ja. Tafeln mit sozialistischen Parolen und Lehrsätzen. Wir finden eine ganze Reihe davon auf dem Speicher. Die Lehrtafeln müssen Teil des Unterrichts gewesen sein. In der sozialistischen Gesellschaft ist der Mensch Nutznießer seiner eigenen schöpferischen Arbeit. Die SED-Parteischule war eine wichtige Kaderschmiede der DDR. Über 16.000 Parteimitglieder wurden in einjährigen Lehrgängen zu zuverlässigen politischen Funktionären gemacht. Nur Schüler und Schulpersonal hatten Zutritt und einige wenige Auserwählte. Zu denen gehörte Karl-Heinz Mayer. Als Zehnjähriger war er regelmäßig hier, denn seine Mutter arbeitet in der Schulbücherei. Wie lief das ab, wenn Sie jetzt hier rein sind? Hatten Sie dann einen Ausweis oder kannte man Sie schon? Nein, man kannte mich nicht. Es waren viel zu viele Menschen hier oben auf dem Berg. Ich kam also mit dem Fahrrad hochgeschoben und näherte mich hier diesen Kontroll- und Durchlassposten. Da haben sie mich natürlich kritisch unter ihrer Brille angeguckt, haben den Ausweis ganz gewissenhaft kontrolliert. Sie müssen sich das vorstellen, als würde man in den Bundestag rein wollen. Karl-Heinz Mayer kann sich genau erinnern, wie es damals hier aussah. Die Eliteschule der Nazis verwandelte sich in die Eliteschule der DDR-Staatspartei SED. Nichts sollte mehr an die Vergangenheit erinnern, weder außen noch innen. Wenn Sie sich mal ganz genau die Fassade anschauen, da sehen Sie überall solche kleinen Haken. Das waren die Halterungen und da waren die Losungen. Die Losung der DDR, es lebe der 1. Mai oder Sozialismus heißt Frieden, mit der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen. Alles, so etwas konnte man dann ringsherum lesen, bis man es dann verinnerlicht hatte. Hakenkreuze wurden durch Hammer und Sichel ausgetauscht. Und der Führerkult um Adolf Hitler wich dem Personenkult um Lenin und Marx. Die Lehrgänge waren die Grundlage für eine Karriere in der Partei. Aber nicht nur das. Die Schüler lebten hier in einem sozialistischen Paradies. Friseur, Sauna, ein gut gefüllter Supermarkt. Von Mangelwirtschaft war auf dem Schulgelände nichts zu spüren. Fühlten Sie sich eigentlich privilegiert, dadurch, dass Sie hier jetzt oben sein durften? Gab man damit eventuell auch mal an? Ja, das kam schon vor. Man war insofern was Besonderes, hier rein zu dürfen. Und ich bin letztendlich auch durch diese Zeit sozialisiert worden. Ich esse heute noch gern ungarisches Salami. Weil ungarisches Salami, das war etwas ganz Seltenes. Und hier gab es die. Eine abgeschirmte Welt. Der Kreml auf dem Ziegenberg. Besonders um den Turm reihten sich Mythen. Viele vermuteten eine Stasi-Zentrale. Was genau vor sich ging, wusste aber niemand. Selbst für die Schüler war der Turm Sperrzone. Auch Karl-Heinz Mayer hat ihn erst nach der Wende das erste Mal betreten. Und sein Geheimnis gelüftet. Das war eine Richtfunkstation. Zu DDR-Zeiten war über das ganze Territorium ein Richtfunknetz aufgebaut. Hier war die Zentrale und gab alle Informationen, die man hier so jetzt kriegte, hier weiter. Jegliche Nachrichten, Transaktionen oder auch Luftaufnahmen, war alles Stasi-mäßig kontrolliert. Von hier aus kontrollierte also die Stasi das Grenzgebiet. Ein seltsamer Gedanke. Dieser Ort war immer eine Welt für sich. Immer einem politischen System verschrieben. Und immer mit dem Ziel, Menschen zu manipulieren und zu kontrollieren. Das war immer der Ort, der der Elite gewidmet war. Im Dritten Reich, im Sozialismus dann. Und jetzt waren wir hier. Heute liegt die Schule im Dornröschenschlaf. Ich bin gespannt, wie ihre Geschichte weitergeht. bis zum nächsten Mal. Heute liegt die Schule im Dornröschenschwo weder BergzWeckxur. Bis zum nächsten Mal.